Jeffrey, was tust du? Warum halten wir nicht an? Leben kriegen die mich nie! Scheiße, scheiße, scheiße. Sie mit dem Handy kommt dann direkt an uns dran. Ich häng sie schon ab. Scheiße, ich seh' sie nicht mehr. Ich kann sie nur noch hören. Da ist sie. Direkt an die Hände. Oh, die schießen ab uns. Wo ist das los? Oh, Moment. Die sind direkt über uns. Warum verfolgen die uns? So, und fahren wir weg, Jeff. Tja, ich weiß es nicht. Aber ich habe auch keine Lust, das rauszufinden. Naja, irgendwie nicht. Da fährt so der Pader mit drin. Der hat bestimmt geschossen. Oh, Schüsse. Oh, Schatz. Hey, ich hole den Putras. Halt auf zu schießen. Ah, ich hole den Putrat. portable. Gesundheit. Danke. Boah. Alter, der hat nichts getrunken. Shit. Klar, direkt. Ja. Ja. Sollen wir uns aufteilen?